Johannes Frey, 25 Jahre und nicht nur Aushängeschild, sondern auch Hoffnungsträger des deutschen Judo-Sports. Sein bisher größter Erfolg? Bronze im Mix-Team-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Tokio. Der Weg zu den Olympischen Spielen war für mich sehr steinig und schwer. Ich war viel verletzt in der Vorbereitung, konnte nicht so viele Turniere kämpfen. Letztendlich hat es doch geklappt. Natürlich, diese Olympische Medaille ist für mich die wertvollste überhaupt in meiner Sammlung. Und zusammen mit meinem Bruder auf dem Podest zu stehen bei den Olympischen Spielen war für mich ein Moment, den ich nie vergessen werde. Bereits mit sechs Jahren entdeckt Johannes Frey den Judo-Sport für sich. Was zunächst mit brüderlichen Raufereien auf dem heimischen Sofa beginnt, setzt sich schon bald auf ersten Judo-Wettkämpfen fort. In seinem Heimatclub, dem JC 71 in Düsseldorf, gelingt ihm schließlich der Sprung aufs internationale Judo-Parkett. Anfangs war es natürlich ein Hobby erstmal. Ich war noch sehr jung und wusste noch nicht genau, wie das weitergeht. Dann, wo ich ein bisschen älter wurde und das erste Mal dann deutscher Meister geworden bin, ging es dann für mich in Richtung Nationalmannschaft. Und da hatte ich auch schon früh mein Ziel vor Augen und zwar in die Olympischen Spiele. Und dann wusste ich, das wird jetzt Teil von meinem Leben, ja. Ein bedeutender Aspekt ist dabei auch seine Verbundenheit zur Landeshauptstadt. Als Mitglied des Team Düsseldorf wird Frey seit seinem Weg nach Tokio kontinuierlich unterstützt und gefördert. Mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris will der junge Bundespolizist seine rheinische Weltklasse erneut unter Beweis stellen. Ich will diesmal die 1. Medaille und am bestenfalls noch die Team-Medaille mitnehmen und diesmal mit 2 Medaillen nach Hause fahren. Die Stadtwerke Düsseldorf und ich freuen uns, dass die Jury Johannes Frey zum Düsseldorfer des Jahres in der Kategorie Sport gekürt haben. Vini, Vidi, Viki ist ein Leitspruch von Johannes Frey. Es zeigt überzeugend seine Einstellung zum Sport. Herzlichen Glückwunsch Johannes Frey zur Bronzemedaille in Tokio 2020 im Wettbewerb der Judoka in der Mannschaft und herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Düsseldorfer des Jahres für das Jahr 2021.